Es ist wieder Schmidt in dem Mittwoch. Ich begrüße euch zu meiner Show. Heute möchte ich euch etwas über die Beziehung zwischen Katzen und Menschen erzählen. Nachdem ja meine letzte Show von einer Katze nicht so gefeiert wurde. Es tut mir leid, bitte. Ich möchte nie wieder, dass eine Katze wegen mir aus dem Fenster springt. Auch wenn sie sich nicht verletzt. Außerdem möchte ich euch erklären, wie es zu einem Runner's High, diesem euphorischen Zustand beim Sport kommt. Dann stelle ich euch auch noch ein Material vor, das ein Einschussloch innerhalb von kürzester Zeit selbstständig verschließen kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Schreibt mir in die Kommentare, welches Thema euch am besten gefallen hat. Los geht's! Hunde haben Besitzer und Katzen haben Personal. Diese Aussage konnte nun von der Wissenschaft bestätigt werden. Die Forscher Alice Potter und Daniel Simon Mills von der Universität Lincoln in Großbritannien haben nun 20 Katzen einem Strange-Situation-Test unterzogen. Auf Deutsch heißt das ganze Fremde-Situation-Test. Scherlich. Dieser Test wurde in den 70er Jahren von der Entwicklungsbiologin Mary Ainsworth entworfen. Bei diesem standardisierten Test bringt man eine Mutter und ihr Kind und in unserer Neuauflage einen Mensch und seine Katze in einen Raum. Da gibt es auch dann Spielsachen für die Katze und die kann sich irgendwie beschäftigen. Nach einer kurzen Zeit betritt eine fremde Person den Raum und man beobachtet die Katze, wie sie reagiert. Ob sie sich an seinen Besitzer näher anschmickt oder die Nähe zu ihm sucht. Aber nö, die Katze interessiert das erstmal gar nicht. Nach einer weiteren Zeitspanne verlässt nun der Besitzer diesen Raum und es wird wieder die Katze beobachtet. Ob sie irgendein Zeichen von Mitgefühl oder von Trennungsangst zeigt. Aber nö. Einzig ein etwas lauteres Miauen, wenn der Besitzer der Katze den Raum verlässt, konnte festgestellt werden, zwei Katzen von diesen 20 Katzen, die untersucht wurden, wurden sogar von der Studie ausgeschlossen, weil sie sich die ganze Zeit versteckt haben. Bei diesem Test wurde also die Bindung von Mensch und Katze oder von Kind und Mensch untersucht. Nach diesem Test gibt es insgesamt vier verschiedene Bindungstypen. Sicher gebunden, unsicher vermeidend, unsicher ambivalent und desorganisiert. Und Katzen fallen in die desorganisierte Schiene. Zusammenfassend kann man sagen, der Mensch ist der Katze eigentlich ziemlich egal. Aber die Forscher betonen, das bedeutet nun nicht, dass Katzen ihre Besitzer nicht lieben. Sie seien einfach unabhängige Tiere. Sie sind emanzipiert. Das sind Katzen. Einfach kleine Diven. Seid ihr mir so die Vorzeigesportler oder eher so die Sportmuffel? Forscher aus Montreal konnten nun zeigen, dass das Sättigungshormon Leptin eine entscheidende Rolle beim Runner's High spielt. Bislang ist man beim Runner's High, also diesem euphorischen Zustand beim Ausdauersport, einem Zustand, bei dem man einfach glaubt, alles zu können, nie zu ermüden, keine Schmerzen zu empfinden, dass dieser Zustand durch Endorphine, Endomorphine, also körpereigene Drogen ausgelöst wird. Den Forschern aus Montreal zufolge spielt auch das Leptin eine ganz große Rolle dabei. Leptin ist das sogenannte Sättigungshormon. Ein hoher Leptin-Spiegel sorgt dafür, dass wir uns gesättigt fühlen und wir haben einen Bewegungsdrang, wir fühlen uns kraftvoll, wir fühlen uns generell ziemlich gut. Ein niedriger Leptin-Spiegel sorgt dafür, dass wir in den Energiesparmodus gehen und uns nicht so viel bewegen möchten und generell ist uns nicht ganz hochsonderlich super toll und bäh. Aber ein extrem niedriger Leptin-Spiegel sorgt wieder dafür, dass wir uns bewegen möchten. Die Forscher erklären das damit, dass man auch früher sich auf den Weg machen musste, wenn man extrem Hunger hatte. Und deshalb soll dieser Bewegungsdrang evolutionär bedingt sein. Das Ganze hat man natürlich nicht an Menschen, sondern an Mäusen getestet. Da ich Tierversuche verabscheue, habe ich einen Selbstversuch gestartet. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach meinem persönlichen Runner's High. Das Leptin ist generell immer in unserem Körper vorhanden. Unsere Fettzellen schütten das aus und je mehr Fettzellen wir haben, umso höher ist der Leptin-Spiegel. Leptin sagt unserem Körper, dass wir keinen Hunger mehr haben sollen. Jetzt könnte man denken, klar, gut, dann können wir doch einfach uns Leptin injizieren und wir haben kein Hungergefühl mehr und so nehmen wir ab. Ne, das funktioniert leider nicht. Denn gerade bei dickeren Menschen ist es so, dass der Leptin-Spiegel zwar höher ist, aber sie auch eine Leptin-Resistenz haben. Das bedeutet, der Körper reagiert gar nicht mehr auf so viel Leptin und macht einfach gar nichts und ist trotzdem hungrig. Das Leptin und unser Hungergefühl ist so ein Zwei-Level-System. Man kann sich das so vorstellen, das eine Level ist das Leptin-Level und das andere sind unsere Fettpolster. Wenn wir jetzt Fett verlieren, das heißt, wenn wir Sport treiben, dann sinkt natürlich auch der Leptin-Spiegel. Wir bekommen Hunger, wenn wir dann etwas essen, dann ist es natürlich nicht so, dass direkt Fett aufgebaut wird, sondern unser Magen schüttet Leptin und andere Hormone aus, die uns erstmal sättigen. Das heißt, der Leptin-Spiegel steigt wieder, dann verdauen wir. Dadurch steigen auch wieder die Fettpolster und die sorgen dann später wieder für den höheren Leptin-Level und dann sind wir die ganze Zeit nicht mehr hungrig. So funktioniert das in der Theorie. Ich will das Ganze jetzt mal testen. Drückt mir die Daumen. Also ich bin jetzt schon ein paar Kilometer unterwegs und vom Runner's High ist noch nichts zu merken, eher von einem absoluten Runner's Low. Aber ich gehe davon aus, dass bald der Leptin-Spiegel in meinem Körper sinkt und dann kann wieder ordentlich Dopamin ausgeschnüttet werden und dann müsste es mir eigentlich wieder richtig gut gehen. Ich bin leicht geschafft. 18 Kilometer bin ich gerade gelaufen, aber es war wirklich ganz angenehm. Vor allem die letzten paar Kilometer gingen wirklich richtig, richtig gut. Ja, das richtige Runner's High hatte ich jetzt glaube ich nicht, aber ab einer gewissen Strecke ist, dann hat man ja wirklich gemerkt, da wurden die Füße etwas leichter, alles war etwas angenehmer. Ja, und zwar ein schöner Lauf. Die Forscher erklären den Ablauf des Runner's High folgendermaßen. Wenn man losläuft und einigermaßen sportlich ist, fühlt man sich erstmal gut. Nach einiger Zeit kommen natürlich dann die ersten Ermüdungserscheinungen und die ersten kleinen Schmerzen und das erste kleine Zwicken irgendwo im Zeh. In unserem Körper werden Endorphine ausgeschüttet. Die körpereigenen Drogen, die uns dann wieder ein Hochgefühl geben. Aber laut den Forschern ist es so, dass wenn unser Leptinspiegel auf ein extrem niedriges Level fällt, dann kommt noch ein zweites großes Hormon dazu, Dopamin. Denn ein hoher Leptinspiegel sorgt dafür, dass nicht zu viel Dopamin ausgeschüttet wird. Das konnten die Forscher folgendermaßen zeigen. Leptin aktiviert ein Enzym, STAT3 heißt das, und dieses unterdrückt die Dopaminproduktion. Und die Forscher haben die Mäuse nun so modifiziert, dass dieses STAT3 nicht hergestellt werden konnte. Zack, und schon hatten sie einen höheren Dopaminwert. Und man hat nun die Mäuse untersucht. Normalerweise laufen Mäuse im Schnitt 7 Kilometer in so einer Laborumgebung. Und diese Mäuse mit diesem modifizierten STAT3 sind viel, viel mehr gelaufen. Und deshalb erklären sich die Forscher, dass der Leptinspiegel eine entscheidende Rolle spielt. Außerdem konnte man auch zeigen, dass bei Marathonläufern ein niedriger Leptinlevel zu besseren Ergebnissen führt. Außerdem liefern diese Ergebnisse auch noch eine Erklärung für ein ganz anderes Phänomen. Bei der Krankheit Anorexia, also Magersucht, ist es nämlich häufig so, dass die Betroffenen einen unglaublichen Bewegungsdrang haben. Und die sind natürlich total abgemagert und haben ganz, ganz wenige Fettzellen. Und das bedeutet auch, der Leptinspiegel ist extrem niedrig. Und so erklärt man sich diesen Bewegungsdrang und diese innere Unruhe. Tribotylguran soll in der Lage sein, Schusslöcher innerhalb von kürzester Zeit zu verschließen. Auch bei Smartphones wurden selbstheilende Materialien schon eingesetzt. Wenn man auf der Rückseite mit einem spitzen Gegenstand oder einem Messer einen kleinen Riss erzeugt hat, dann hat sich mit der Zeit dieses Material selbst geheilt und dieser Riss wieder verschlossen. Und Zeit ist dabei der entscheidende Faktor. Denn um heutige Materialien, dass die sich selbst heilen können, benötigt man viel Zeit, Wärme oder UV-Ausstrahlung. Es muss also auf irgendeine Art und Weise Energie zugeführt werden, dass eine Reaktion stattfinden kann. Generell funktionieren selbstheilende Materialien folgendermaßen. In ihrem Innen befinden sich kleine Kapseln und diese sind gefüllt mit einer Flüssigkeit, mit sogenannten Monomeren, also Einzelteilen. Man kann sich das so vorstellen wie kleine Lego-Bausteine. Und wenn jetzt dieses Material beschädigt wird, werden natürlich auch diese Kapseln aufgerissen und die Flüssigkeit tritt aus. Und nun organisiert sich diese Flüssigkeit wieder zu einem Feststoff. Und dafür wird dann natürlich Energie benötigt, also Wärme oder UV-Ausstrahlung zum Beispiel. Und dann kann das mit der Zeit wieder sich verfestigen. Und dieses Tributylboran, das ist echt ein schweres Wort, aber ich lenne es noch, hat die besondere Eigenschaft, dass der umgebende Sauerstoff ausreicht, dass es oxidiert und diese Reaktion sorgt dann dafür, dass sich dieser Stoff verfestigt und zwar in einer unglaublich schnellen Zeit. Und so können dann innerhalb kürzester Zeit Schusslöcher verschlossen werden. Man möchte dieses Verfahren besonders in der Raumfahrtindustrie einsetzen. Da frage ich mich jetzt nur, da oben ist aber nicht viel Sauerstoff. Das ist anscheinend ein Problem, das die Forschung noch lösen muss. Hey, ich freue mich, dass ihr es bis zur Endcard geschafft habt. Und wenn ihr jetzt dem Video noch einen Daumen nach oben gebt, dann wäre das absolut fabulös. Das würde mich unglaublich freuen. Und auch richtig freuen würde es mich, wenn ihr nächsten Schmidt-Woche wieder einschaltet zur neuen Show. Bis dahin, macht's gut und ciao!